Mehrere hundert Menschen haben heute in Frankfurt-Oder-Gesicht gezeigt, um mit zivilem Protest einen Aufmarsch von Neonazis zu stoppen. Die NPD wollte für den Austritt aus der EU demonstrieren, ganz in der Nähe von Polen. Am Ende aber musste sie klein beigeben. Frankfurt-Oder war heute schon zeitig in Bewegung. Neun Uhr. Hunderte Menschen versammeln sich in der Innenstadt, zeigen Flagge gegen Neonazis. Die Rechtsextremen wollen, Zitat, dass die Grenze wieder dicht gemacht wird. Doch das will hier keiner. Wir wollen in einem geeinten Europa leben, friedlich mit unseren Nachbarn zusammen. Und wir wollen zeigen, dass es zwar vielleicht Probleme in der Grenzregion gibt, das soll man auch nicht verschweigen, aber trotzdem sind wir froh über die offenen Grenzen. Ich war ein Kind, als der Krieg gebrochen ist. Wirklich noch ganz klein. Meine Familie hat zweimal alles verloren. Und das ist wohl Grund genug, dagegen zu sein, diese Gesinnung weiter zu fördern. Kurz nach zehn. Die Frankfurter Eilen hoch zum Bahnhof. Das ist offiziell nicht geplant, aber Sitzblockaden werden nie vorher bei der Polizei angemeldet. In einer Stunde soll der Zug kommen mit den Neonazis. Da sollen alle Straßen dicht sein. Keinen Meter sollen die Rechtsextremen laufen dürfen. Ich bin einfach nur Helmut Markhoff, Bürger dieses Landes. Und wir dokumentieren, dass ich diese Nazis hier nicht haben will. Das ist Gedankengut raus aus den Köpfen muss. Kurz nach elf. Die Neonazis sind da und werden am Bahnhof kontrolliert und schaffen es doch über einen Schleichweg, begleitet von der Polizei, in die Stadt zu kommen. Jetzt beginnt ein Wettlauf. Gegen Demonstranten bauen immer wieder neue Blockaden auf. Eine hat dann Erfolg. Die Neonazis kommen nur 500 Meter weit und müssen dann stehen bleiben und hocken sich, frustriert, auf die Straße. Rollen enttäuscht, ihre Fahnen ein. Bilder, die es so noch nicht gegeben hat. 16 Uhr. Die Rechtsextremen geben auf. Zur Grenze haben sie es nicht geschafft. Die letzte Blockade der Frankfurter und vieler Gäste hat gehalten.